Der Tisch für den Innenraum kann durch Lösen der Arretierung hinter der Tischplatte hervorgezogen werden. Der Tisch ist nach oben schwenkbar, sodass Sie bequem an den Tischfuß gelangen. Dieser wird ganz hinaufgeklappt und durch Drücken des roten Knopfes ausgefahren. Nun können Sie den Tisch absetzen. Der Tisch kann entlang der Schiene so ausgerichtet werden, wie Sie es gerne hätten.